Meine Aktie der Woche hat sich in den letzten drei Monaten mehr als verdoppelt und trotzdem haben es einige Anlieger geschafft, mehr als 450 Millionen US-Dollar mit diesem Unternehmen zu verlieren. Wie kann das sein? Bei dem Unternehmen handelte es sich um Arm Holdings, ein britisches Technologieunternehmen aus dem Halbleiterbereich und genau bei diesem Unternehmen hatten Short Seller vor den Earnings auf fallende Kurse gesetzt, was absolut die falsche Entscheidung war, denn nach den guten Earnings sprang die Aktie um 50% nach oben und die Short Seller waren jetzt natürlich schon in der Verlustzone. Um ihre Verluste einzugrenzen, mussten die Short Seller nun die Arm Aktie kaufen, was dazu führte, dass der Kurs zwischenzeitlich bis auf 160 US-Dollar stieg. Und nun muss man kein mathematisches Genie sein, um den Grund für die Verluste zu finden, denn vor den Earnings stand der Kurs noch bei gut 77 US-Dollar. Übrigens findet man auch im Chart Anzeichen für diesen Short Squeeze, denn das Handelsvolumen wich im Zeitraum rund um die Earnings deutlich von dem Volumen davor ab. Ich selber habe Arm nicht im Depot und überlege jetzt auch nicht zu kaufen, finde solche Effekte aber immer spannend, denn... ... ...